so herzlich willkommen zu einem video es geht hier um eine android box betriebssystem 7.1 genau es ist klein gut verarbeitet außerdem außer man erkennt die handabdrücke was vielleicht einen oder anderen stören wird aber naja so anschlüsse wir haben hier einen st karten anschluss micro st glaube ich zwei usb anschlüsse netzstecker gehe ich mal davon aus hdmi kabel noch zwei stecker und unser lan kabelstecker genau so sieht es aus mitgeliefert wird hier noch allerdings eine android tv bedienungsanleitung ich habe schon die deutsche seite aufgemacht ist halt auf mehreren sprachen verfügbar ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen und leicht erklärt alles unser hdmi kabel ist ca 1 meter lang oder 1,5 ist sicher verpackt fernbedienung sieht so aus ja ist auch ganz gut die tasten funktionieren gut und wir haben hier dreimal aaa batterie was nicht mitgeliefert worden ist und sein netzteil ist hier auch zu sehen viermal daumen 1 meter 50 auch lang so genau das war es dann komme ich mal gleich ich pause jetzt mein video für eine anleitung auf ip tv so ich bin wieder da ich habe hier meinen fernbedienung schon alles batterie rein gemacht allerdings habe ich mir noch so einen ersatz